ja hallo zusammen es ist soweit viele haben darauf gewartet und ich habe mir jetzt ein paar danken gemacht zum thema patch 9 19 und dementsprechend will ich euch dazu jetzt mal meine eigene meinung sagen kleinen moment bitte ja hallo viktor ja patch 9 19 also ist nicht so eine rolex ist ein super patch ist ein super patch sage ich gleich weiter danke dir nein war natürlich nur quatsch sind wir uns mal alle ehrlich gewertete gefechte super geil also wo ich gehört habe es kommen gewertete gefechte jetzt ist es so gewertete gefechte ja aber warum denn bitte so jetzt müsst ihr euch vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht was jetzt nämlich gerade passiert es gibt jetzt mit patch 9 19 gewertete gefechte die noch in der beta sind so weit so gut beta kann man was ausprobieren man testet wenn es nicht funktioniert funktioniert nicht problem an der geschichte ist aber nämlich es gibt verbessertes zubehör ja mit verbesserten zubehör könnte man ja jetzt auch noch arbeiten wobei ich hätte da gleich besser im vorschlag der kommt aber erst aber jetzt kommt das ganz geile an der geschichte denn dieses verbesserte zubehör gibt es in den gewerteten gefechten bringt die leute zum spielen kann man irgendwo nachvollziehen aber je besser man da ist so einfacher bekommt man es weil es gibt ein ganz ganz tolles anleihen system dieses anleihen system versteckt sich hier unten so der verbesserte super kostet nämlich zwischen 3000 und 5000 anleihen und da gibt es auch noch direkt liegen bei zwei bis zwölf also das ist dann für die besatzung wobei wie gesagt das zubehör ist hier wichtig und anleihen werden am ende jedes abschnitts vergeben die menge hängt direkt vom rang ab den ihr verdient habt am ende der saison gibt es normale anleihen für einen platz in der bestliste beendet zum beispiel den abschnitt im rang 4 erhaltet ihr 400 anleihen rang 3 und so weiter das heißt nichts anderes je besser der spieler ist desto mehr anleihen bekommt er desto alpha bekommt er das zubehör und das könnte man sagen ja ja dieses zubehör in gewerteten gefechten spielt eine jene mit wäre schön aber nein nein wargaming sagt dieses zubehör kann auch ganz normal in jedem gefecht genutzt werden das heißt nichts anderes als dass ihr in einem tier 3 panzer sitzen könnt und der andere hat ein geiles zubehör drin und der natzt euch weg und das früher ja schon so ein guter spieler gegen einen schlechten spieler bestehen konnte oder meistens bestanden hat ist ja nichts unnormal ist jetzt ist aber so jetzt kann man sich zu 100 prozent sicher sein dass der bessere spieler auch das bessere zubehör hat und dementsprechend hat man noch weniger chancen zwischen dem und man selbst oder der schlechte spieler gegen die guten spieler das heißt die schere die wird nicht mehr zusammengeführt nein sie geht auf und genau das ist das problem es kommt immer eine größere kluft in das ganze thema und man hätte jetzt meinen können wargaming hat aus den letzten skandal den sie jetzt gerade es gehabt haben vielleicht gelernt und man wird ruhiger krummel hat es vorher gesagt dass genau das passiert was jetzt passiert nämlich ein riesen shitstorm 62 seiten allein im deutschen forum hat das ganze schon eingenommen 62 seiten ich kenne nicht mal youtuber die so viele seiten haben ja egal also auf jeden fall wargaming dachte sich wahrscheinlich es ist so kuschelig hier grad und der shitstorm der eine ist rum davor hatten auch schon lange gefühlt gar nichts patch 918 war ganz geil da mal vielleicht ein bisschen zu viel lob bekommen jetzt machen wir es wieder richtig und jetzt haben wir wieder ordentlich auf die kacke und das kann ich nicht nachvollziehen aber diesen patch in der form einzuführen wo die schere zwischen gut und schlecht sozusagen noch mal so viel weiter auseinander geht macht gar keinen sinn man hätte das system so viel anders und besser machen können man hätte sagen können das verbesserte zubehör bleibt in den gewerteten gefechten dann spielen halt die mit den zehn replies übrigens man hätte in den gewerteten gefechten es behalten können das heißt dann spielen die immer besser werden dann gegen die immer besseren aber dass man es da jetzt noch einführt selbst die guten spieler haben keinen bock drauf denn in deren clans wird es natürlich das dann pflicht sein dass man diese items hat das heißt wer sowas nicht hat kommt auch gar nicht in den kleinen clan rein also auch da ist es zum nachteil man hätte ja wirklich die gewerteten gefechte irgendwo anders entlohnen können und dass ein guter spieler entlohnt werden darf finde ich auch vollkommen legitim aber doch bitte nicht so nein man hätte irgendwie sagen können was weiß ich wir kriegen talung umsonst verbrauchsgüter normale oder sonstiges gibt so viel quatsch in dem spiel den man für gold sonst bezahlen kann oder sonstiges wo ich sagt hier für euch aber nein wargaming macht es genau so und da ein shitstorm ja nicht reicht hat wargaming sich gedacht wir brauchen den zweiten und dann kam hier das artillery is a good class for autistic people why are you complaining about it also für allen die dem englischen nicht so mächtig sind wer sagt da und es ist jetzt nicht irgendjemand sondern slava makarov es ist einer der führenden entwickler von wargaming für world of tanks gewesen oder immer noch auf jeden fall immer noch eine wichtige person er sagt ja die artillerie ist halt eine klasse für autisten was beschwert ihr euch eigentlich bitte was ihr schmeißt zur foch aus dem community kontributor programm raus weil er fucks sagt und ich selber bin wirklich ich habe es in meinem video gesagt ich fand die ausdrucksweise bescheiden aber dann kann doch nicht ein entwickler die arti so definieren und die ganzen menschen die an dem autismus leiden gleich sozusagen reinschmeißen und sagen ja jetzt habe ich gefühlt alle beleidigt die arti spiele die autisten prinzip meine ganze community super gemacht also wargaming ich weiß nicht was bei euch gerade los ist aber die richtung wie ihr gerade geht ist echt schade und nicht nur dass ihr gerade die community beleidigt dass ihr nicht auf die community hört dass ihr sachen einführt die die schere weiter und breiter machen nein auch das thema mit den panzern glaube ich ist hinlänglich besprochen deswegen will ich sie ja auch noch mal anreißen dass auch die premium panzer immer immer stärker werden und langsam dieses thema sie sind etwas schlechter als ihre ebenbürtigen pendants glaube ich brauchen wir alles das ist schon ewig vorbei aber wir gehen jetzt mittlerweile in die ganz gewaltige tendenz dass die premium panzer in der tendenz immer etwas stärker sind als ihre pendants im normalen tech tree und das passt alles nicht mehr ihr müsst mal meines achtens überdenken geht ihr noch in die richtige richtung geht ihr so wie es die community will und 62 seiten sagt ganz klar ihr tut es nicht also überdenkt vielleicht mal bitte eure politik weil so wie es gerade ist will ich nicht sagen erfahrt das ding an die wand aber ihr macht einen unfassbar unschönen kratzer in die ganze seite von vorne nach hinten ja das war's ich hoffe das video hat dann meine meinung ein wenig widergespiegelt was ich zum thema wargaming und der politik derzeit halte machen unfassbar viel falsch in meinen augen und leider viel zu wenig richtig ich hoffe dass dieser aufschrei den die community gerade zurecht bringt da ein gewisses einsehen bringt und dass diese beta phase in der ja offiziell gewährte gefechte sind so umgestaltet werden dass die community da nicht leiden muss wir drücken alle die daumen vielleicht wird's ja was